Lieber Kai Wegner, lieber Stefan Evers, liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Glückwunsch zunächst, lieber Kai Wegner, zu deiner Nominierung als Spitzenkandidat. Das Ergebnis gibt dir Rückenwind für den Wahlkampf. Keine 100 Tage mehr bis zur Bundestagswahl und zur Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Beide Wahlen wollen wir gewinnen und beide Wahlen können wir auch gewinnen. Rainer Haseloff und die CDU in Sachsen-Anhalt haben uns das eindrucksvoll vorgemacht. Nicht auf Umfragen schauen, eigene Überzeugungen haben, zusammenführen, nicht spalten, dann können wir als Union überzeugen und im demokratischen Wettstreit am Ende vorne liegen. Und wir müssen klar machen, warum es gut ist, wenn die CDU regiert. So oft haben wir das schon bewiesen, dass wir große Krisen meistern können, wir können Deutschland führen und die Berliner haben auch erlebt, dass es gut war, als die CDU den regierenden Bürgermeister stellte. Corona hat die Schwächen unseres Landes offengelegt. Das ist jetzt der Auftrag, besser zu werden, in der Verwaltung besser zu werden, nach der Pandemie die wirtschaftliche Lage, die Bildungssituation für die Kinder wieder zu verbessern. Und dabei lassen wir uns nicht leiten von Ideologien. Mit Ideologien löst man keine Probleme. Und der rot-rot-grüne Senat ist voller Ideologie. Der Mietendeckel ist ein typisches Beispiel, weil er keinen neuen Wohnraum schafft. Er verhindert ihn. Investitionen gehen zurück und wir wissen, weniger Regeln, weniger Auflagen entfalten innovative Kräfte, ermöglichen Investitionen und das ist das, was die CDU einbringt. Was Wohnraum schafft, ist klar. Bauen, schneller bauen, schneller genehmigen, schlanker bei den Regeln und Vorschriften, Dafür steht ihr und euer Regierungsprogramm. Und das habt ihr zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. Das ist ein Programm für ganz Berlin. Denn so geht CDU. Wir machen Politik für die Menschen. Und während andere Parteien ihnen Probleme einreden, lösen wir die echten Probleme. Wir geben Antworten darauf, wie es mit der inneren Sicherheit in einer Stadt bestellt ist. Gerade in den letzten Tagen haben wir doch wieder erlebt, was passiert, wenn es da keinen klaren Kurs gibt. Und deshalb wünsche ich Kai Wegner allen Kandidatinnen und Kandidaten, die bei dieser Abgeordnetenhauswahl antreten, viel Erfolg. Für diese Politik steht auch Burkhard Dregger, der Fraktionschef, der klaren Kurs spricht und trotzdem versöhnt, trotzdem zusammenführt, auch ihm viel Erfolg. Und die Landesgruppe im Bundestag mit dem Kollegen Lutschak, mit Monika Grütters als Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl. Sie stehen stellvertretend für die vielen anderen starken Kandidatinnen und Kandidaten, denen ich viel Erfolg wünsche. Ein gutes Ergebnis in der Bundeshauptstadt Berlin hilft auch der Union in ganz Deutschland. Und die Union gewinnt nur mit einem Team. Und jeder Name, der auf der Liste steht, in den Bezirken, in den Kiezen, in den Wahlkreisen, überall vor Ort, zeigt die ganze Vielfalt der Union, Männer und Frauen aus den unterschiedlichen Richtungen der Partei und den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die wir kennen. Junge und alte Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, alle stehen für eine moderne Union. Und deshalb am 26. September im Bund, in Berlin, eine gemeinsame Union und ein gemeinsamer Wahlsieg. Dafür euch viel Erfolg und alles Gute.